Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Geschichten sind toll. In dieser Erzählung geht es um ein paar Damen, die sich regelmäßig zum Kaffeetrinken treffen. Dies kann jedoch nicht einfach aus Selbstzweck geschehen, es muss dazu immer ein triftiger Grund gefunden werden. Als Bede an der Reihe ist, fällt dir zunächst kein guter Grund ein. Wenn du keine Erzählung mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der Sonnenfinsternistag von Selma Lagerlöw Da waren Stina vom oberen Eck und Lina vom Vogelhäuse und Kaiser vom Moorhof und Maya von der Hochalp und Beda vom Finnewinkel und Ellin, die neue Hausmutter im alten Soldatenquartier, und zwei oder drei andere alte Weiber. Die wohnten alle miteinander am äußersten Ende des Kirchspielers, unter der Hochalp, in einer Gegend, die so steinig und unfruchtbar war, dass keiner der Großbauern daran gedacht hatte, die Hand darauf zu legen. Eine der Frauen hatte ihre Hütte auf einer kahlen Berghalde liegen, eine andere am äußersten Rande eines Moores. Eine dritte hatte sie auf einem Hügel stehen, der so steil war, dass es schon eine rechte Arbeit war, hinaufzuklettern. Und wenn schon eine von den anderen ihre Hütte auf besserem Grunde errichtet hatte, so konnte man sicher sein, dass sie dafür so dicht unter der Hochalp lag, dass sie ihnen ganz die Sonne verdeckte, vom Herbstmarkt bis zur Mariaverkündigung. Und alle, wie sie da waren, hatten sie sich dicht neben der Hütte ein kleines Kartoffelfeld angelegt. Es war mit großer Mühe und Beschwerde geschehen, denn wenn es wahr ist, dass es dort unter dem Berge viele verschiedene Arten von Erde gibt, so ist es auch wahr, dass sie alle schwer dazu zu bringen waren, Frucht zu tragen. Manche der Frauen hatten erst so viele Steine aus dem Acker jäten müssen, dass es für einen herrschaftlichen Stall gelangt hätte. Andere hatten die Deiche so tief graben müssen wie Gräber. Andere mussten die Erde Sack um Sack herbeischleppen und sie auf dem nackten Felse ausbreiten. Die es am besten hatten, mussten früh und spät gegen Unkraut und Disteln ankämpfen, die mit einer Kraft und Üppigkeit in die Höhe schossen, als glaubten sie, dass das ganze Kartoffelfeld eigens für sie angelegt sei. Alle diese Frauen saßen allein in ihren Stuben, solange der Tag war. Denn wenn sie auch einen Mann hatten, so ging er doch jeden Morgen in die Arbeit und die Kinder gingen zur Schule. Einige von ihnen waren alt und hatten erwachsene Kinder, aber die waren nach Amerika gezogen. Einige hatten kleine Kinder und die blieben wohl den ganzen Tag daheim, aber die konnte man ja nicht als Gesellschaft rechnen. So einsam, wie sie in ihren Stuben saßen, war es beinahe notwendig für sie, sich ab und zu einmal bei ein paar Tassen Kaffee zu treffen. Nicht, dass sie gerade immer so eines Sinnes gewesen wären oder gar so große Liebe füreinander gehegt hätten. Aber manche von ihnen wollten doch gern wissen, was die anderen trieben, und manche, die ganz unter dem Berge hausten, wurden schwermütig, wenn sie nicht ab und zu mit anderen Menschen sprechen konnten. Manche mussten ihr Herz ausschütten und von dem letzten Brief aus Amerika erzählen, und andere wiederum waren von Natur aus lustig und gesprächig und sehnten sich nach einer Gelegenheit, so große und gute Gottesgaben zu betätigen. Es bot ihr auch keine Schwierigkeit, ein Kaffeekränzchen zu veranstalten. Kaffeemaschinen und Tassen hatten sie alle, und Sahne konnte man im Herrenhof kaufen, wenn man keine eigene Kuh zum Melken hatte. Backwerk konnte man mit dem Meierwägelchen aus der Stadt vom Bäcker holen lassen, und Landkrämer, die Kaffee und Zucker verkauften, gab es überall. Nein, ein Kaffeefest auszurichten, das war die leichteste Sache der Welt. Schwer war es nur, einen Anlass zu finden. Denn alle, Stine vom Oberen Eck und Kaiser vom Moorhof und Maja von der Hochalb und Lina vom Vogelhäuse und Beda vom Finnenwinkel und Elin, die neue Hausfrau im alten Soldatenquartier, und zwei oder drei andere Alten waren einig darüber, mitten am blanken Werktag geht es nicht an, ein Kaffeefest zu geben. Wenn man die Zeit, die das Kostbarste ist, das nicht wiederkehrt, so übel anwendet, kann man ja rein in schlechten Ruf kommen. Und ebenso waren sie ganz einig, dass es nicht angehe, am Sonntag oder an einem hohen Feiertag eine Kaffeegesellschaft abzuhalten. Denn da hatten die verheirateten Mann und Kinder daheim, sodass sie ohnehin Gesellschaft genug hatten. Und andere wollten in die Kirche oder ins Betthaus gehen. Einige wollten gern Besuch bei Verwandten machen und einige wieder wollten es den ganzen Tag mäuschenstill in der Stube haben, damit sie so recht das Gefühl hatten, dass es Feiertag war. Desto mehr musste man bestrebt sein, alle anderen Gelegenheiten wahrzunehmen. Die meisten pflegten, an ihren Namenstagen einzuladen. Andere feierten das große Ereignis, dass das Kleinste den ersten Zahn bekam oder die ersten Schritte gehen lernte. Für die, die Geldbriefe aus Amerika zu bekommen pflegten, war dies ja ein passender Anlass. Und ebenso ging es sehr wohl, die Nachbarinnen zusammenzuladen, um sich beim Stricken einer Decke oder beim Aufziehen eines Gewebes helfen zu lassen. Aber dessen ungeachtet gab es lange nicht so viele Anlässe, als nötig gewesen wären. Und in einem Jahr begab es sich, dass eine der Alten ganz und gar ratlos war und sich nicht zu helfen wusste. Sie wusste, dass nun an ihr die Reihe war, ihre Nachbarinnen zu sich zu bitten. Sie wollte auch nur zu gern ihre Pflicht erfüllen, aber sie konnte sich rein gar nichts ausdenken, das sie hätte feiern können. Ihren eigenen Namenstag konnte sie nicht feiern, denn sie hieß Beda, und das war aus dem Kalender gestrichen, und einen anderen konnte sie auch nicht feiern, denn sie hatte all die Ihren auf dem Kirchhof. Sie war sehr alt, und die Decke, unter der sie lag, reichte sicherlich ihr Leben lang, und Briefe bekam sie keiner. Sie hatte eine Katze bei sich in der Stube, und die hatte sie freilich sehr lieb, auch ist es wahr, dass sie ebenso gut Kaffee trinken konnte wie sie selbst, aber sie konnte sich doch nicht entschließen, ein Fest für die Katze zu veranstalten. Während sie so grübelnd umherging, las sie einmal ums andere in ihrem Kalender, denn sie meinte, dass sie daraus in so schwieriger Lage vielleicht einen guten Rat holen könnte. Sie fing beim Anfang an, mit dem Königshaus und der Erklärung der Zeichen, und las bis zu den Märkten des Jahres 1912 und den Postsendungen. Einmal ums andere las sie das Buch durch, ohne etwas zu finden. Aber dann begann sie wieder von vorn, so als wüsste sie, dass die Hilfe doch von dort kommen würde. Als sie zum sechsten Mal das Buch las, blieben ihre Blicke an Sonnen- und Mondfinsternissen haften. Da las sie, dass in dem Jahre des Heiles, das das 1912. nach Christi Geburt war, am 17. April eine Sonnenfinsternis eintreten würde. Sie würde um 1 Uhr 20 Minuten nachmittags beginnen, und um 2 Uhr 49 Minuten nachmittags enden und 9 Zehntel des Sonnendurchmessers umfassen. Dies hatte sie schon mehrmals gelesen, ohne darauf zu achten. Aber jetzt wurde es mit einem Male schimmernd klar in ihr. Nun weiß ich, wie ich es machen muss, dachte sie. Aber nur einen Augenblick war sie ihrer Sache sicher. Gleich darauf hieß sie den Gedanken wieder von sich. Sie hatte Angst, dass alle die anderen sie auslachen könnten. Aber in den folgenden Tagen erinnerte sie sich immer wieder daran, was ihr beim Lesen des Kalenders eingefallen war, und schließlich begann sie zu erwägen, ob sie sich nicht doch an die Sache wagen sollte. Denn wenn sie es so recht bedachte, was für einen Freund hatte sie auf der Welt, den sie lieber mochte als die Sonne. Die Hütte lag so, dass im Winter kein Sonnenstrahl hineinfiel. Da ging sie herum und zählte nur immer die Tage bis zum Frühling, wo die Sonne wieder zu ihr zurückkehrte. Die Sonne war doch die einzige, nach der sie sich sehnte, die einzige, die immer sanft und hold gegen sie war und von der sie nicht genug haben konnte. Sie fühlte sich alt und sie war alt. Die Hände zitterten ihr, als ginge sie in beständigen Fieberschauern herum. Wenn sie in den Spiegel sah, da fand sie sich so weiß und farblos, als hätte sie auf der Bleiche gelegen. Nur wenn sie in starkem, warmen, reich strömendem Sonnenschein stand, hatte sie das Gefühl, dass sie eine Lebende war und nicht ein wandernder Leichnam. Je mehr sie an die Sache dachte, desto sicherer wurde sie, dass es keinen Tag im ganzen Jahre gab, den sie lieber feiern wollte als diesen, wo ihre Freundin, die Sonne, mit dem Dunkel kämpfen und nach herrlichem Sieg in neuer strahlender Pracht aufgehen sollte. Es war nicht mehr weit bis zum 17. April, aber sie hatte doch noch Zeit, zu einem Kaffee festzurüsten. Und als der Sonnenfinsternistag kam, da saßen alle, Stine und Lina und Kaiser und Maya und all die anderen bei Beda im Finnenwinkel und tranken Kaffee. Sie tranken zweiten Nachguss und dritten Nachguss und sie sprachen über alles Mögliche, unter anderem auch darüber, dass sie gar nicht wüssten, warum Beda dieses Fest gab. Und unterdessen ging die Sonnenfinsternis ihren regelrechten Gang. Aber sie dachten weiter nicht viel daran. Nur einen Augenblick, als sie auf ihrem Höhepunkt war, als der Himmel schwarz-grau wurde und alles in der Natur einen bleifarbenen Überzug zu haben schien und ein heulender Wind herangesaust kam, der den Klang der Posaunen des jüngsten Gerichts und des Weltuntergangs hatte, da wurde ihnen doch recht gruselig zumute. Aber dann schenkten sie sich eine frische Tasse Kaffee ein und es ging vorüber. Als das Ganze vorbei war und die Sonne im Kampf gesiegt hatte und so blinkenfroh am Himmel strahlte, da sahen sie, wie die alte Beda ans Fenster trat und mit gefalteten Händen stehen blieb. Sie blickte über den sonnenbeschienenen Berghang hin und dann begann sie zu singen. Die goldene Sonne zeigt sich am blauen Himmelszelt. Aus frohem Herzen preise ich dich, Gott und Herr der Welt. Dünn und durchsichtig stand sie am Fenster, aber während sie so sang, umspielten sie die Sonnenstrahlen so, als wollten sie ihr von ihrem Leben, ihrer Farbe und ihrer Kraft geben. Als sie den Psalmenvers beendigt hatte, sah sie die anderen an und sagte gleichsam entschuldigend, Seht ihr, ich habe doch keine bessere Freundin als die Sonne und darum wollte ich das Fest am Sonnenfinsternistag geben. Ich wollte, dass wir alle zusammenkommen, um sie willkommen zu heißen, wenn sie aus dem Dunkel tritt. Nun begriffen alle die Absicht der Alten. Sie waren gerührt und fingen an, gut von der Sonne zu reden. Sie sagten von ihr, dass sie gleich gut gegen arm und reich sei. Wenn sie an einem Wintertag in eine Hütte komme, dann sei das ebenso schön wie ein Herdfeuer. Und wenn sie nur scheine, sei es eine Lust zu leben, was für Sorgen man auch zu tragen habe. Als sie von dem Fest heimgingen, da waren sie alle miteinander fröhlich und vergnügt. Sie fühlten sich reicher und geborgener, weil sie auf den Gedanken gekommen waren, welch gute und treue Freundin sie doch an der Sonne hatten. Aber weil dies eine große Sonnenfinsternis war, bei der ganze Neunzehntel der Sonnenscheibe verdeckt waren, erregte sie überall, wo sie sichtbar wurde, großes Aufsehen. Gelehrte Forscher zogen mit ihren Instrumenten aus, um zu messen und zu rechnen. Gewöhnliche Leute schwärzten Gläser und Operngucker und standen lange da und guckten die Sonne an. Die Schulkinder durften die Klassenzimmer verlassen, damit sie sich an der Sonnenfinsternis satt sehen konnten. Die Zeitungen brachten lange Berichte, wie der Himmel seine Farbe verändert hatte, wie der Vogelgesang verstummt war und wie dunkel es gewesen war, als sie ihren Höhepunkt erreichte. Aber wie viel Aufsehen es auch der Sonnenfinsternis wegen gab, so habe ich doch nicht gehört, dass irgendjemand ein Fest veranstaltet hätte, um die Sonne zu feiern, als sie siegreich aus der Verdunklung trat. Außer der alten Bäder im Finnenwinkel. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Erzählung gefallen hat und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier eine weitere Geschichte. Bis bald.